No way! Nein, 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 nein! Wirklich? Aber die Augen, die sehen schon anders aus grad. Ey, da wär ich nur was aufgekommen, ne? Du bist so goddamn selfish. Ey, das ist richtig gut. Ich, also... Zwei Personen, wie viele Personen sind das denn? Zwei. Zwei. Zwei Personen? Zwei Personen. Aber eine weiß ich 100%, aber die andere ist... Zwei. Hier geht's. Try. Wer traut sich? Gibt's auch einen Punkt, den ich jetzt bloß einen sag? Weil wir schon so lange gewartet haben. Okay, okay. Ich... Hm... Halb mir da noch runter. Komm, ich geh rein. Also... Der eine ist auf jeden Fall Simon. Und die andere ist Tom Krauss? Nein. Jetzt hast du die Möglichkeit. Simon und... Marcin. Auch falsch. Es wäre... Simon und Jordan. No way! Nein, 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 nein. Wirklich? Aber die Augen, die sehen schon anders aus grad. Keiner bekommt einen Punkt. Ey, da wäre ich niemals drauf gekommen, ne? Oh, Mann. Schwolo und Salazar. Ja. Richtig. Aus. Mit Aglier. 1-0 für Thomas. Oh, scheiße. Flur, Flick und Dumme. Oder? Wer? Flur, Flick und Dumme. Ja. Richtig. 1-1. Oh, scheiße. Ich war ja zu schwitzen, ey. Oh. 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 Kann ich antworten, schon? Ja. Das sind Bülty und Denny Latzer. Ja. Richtig. 2-1 für Ralf. What a nice guy, ne? Darf ich auch schon antworten? Ja. I don't know one. Das ist ein bisschen ugly. Das ist wirklich ugly. Ich bin's auf jeden Fall. Und der Simon, oder? Richtig. 3-1 für Ralf. Damit gewinnt er dieses Spiel. Hey, Amst. Hey, Amst. Okay. Puff. Ja. No guess. Alex Kral. Richtig. 1-0. Sometimes it's better without the head. Ja. Cedric Brunner. Richtig. 2-0. Hey, du. 2-0. I see it on the fence. Oh. Ah, okay. Das ist Polti. Richtig. Because of the title. So too late. 2-1. 2-0. Oh. Oh, ist das Bild auch so? Take a guess. Ja, aber es ist... Der Motor ist normal. Er will den Motor zeigen. Ich glaube, er will den Motor zeigen. Ich bin nicht sicher. Du musst den Motor zuerst gehen und dann kannst du... Ich sag nichts. Ich glaube, wir brauchen deine Hilfe. Ich sag gut, ja. Wer ist? Einer muss raten. Also der aktuell jetzt bei uns im Kader ist? Genau. Shisei? Shisei, du denkst? Noch nicht ganz so lange. Ralle. Du warst glaube ich eher, oder? Ich glaube so. Ich hoffe, du sagst jetzt etwas Falsches. Van Heekeren. Nein. Ich würde jetzt auch wieder Alex Kral sagen, oder? Nein. Wir lösen auf. Es wäre Van der Werke gewesen. Es steht immer noch 2 zu 1. Jetzt. Ralf? Ich glaube, es ist Bülti. Richtig. 2 zu 2. Die Hosen kann nur einer tragen. Und damit ist dieses Spiel unentschieden. Bunnen, Mann. Dumm. Dumm, Drechsler. Richtig. Eiss zu Null. Tobi Mohr. Richtig. 2 zu 0 für Thomas. Rotri. Richtig. 2 zu 1. Ah, äh, äh, ähm. Bülty. Richtig. 2 zu 2. Großfinale. Danny Latzer. Richtig. 3 zu 2 und damit geht sowohl die Runde als auch die gesamte Folge an. Ralf Fehrmann. Glückwunsch. Danke. Glückwunsch. Gab noch nie so einen verdienten Gewinner, oder? Ja. Hahaha. 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 Bis zum nächsten Mal.